Dies ist das Ergebnis des Befehls, mal Michael Schumacher bei einem Wagenrennen. Warum der CPU-Künstler sich dazu entschieden hat, statt Michael Schumacher hier Comedian Mike Krüger abzubilden, ist nicht überliefert. Dafür ist das dreibeinige Zugpferd rechts im Bild eine gekonnte Reminiszenz an die dreirädrige Regenfahrt des Michael Schumacher in Spa-Francorchamps 1998.